Simona Pejciva aus Bulgarien, auch eine fröhliche, eine sehr sympathische, die es verdient hat in diesem Finale zu sein, die Weltmeisterin 2001 mit Reifen und Keulen. Schauen wir mal, Simona Pejciva, dritte. Entschuldigung. Pejciva war sechste nach dem Reifen. Und sie möchte natürlich etwas weiter nach vorne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020